Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei den Amnesiertabletten. Ich bin euer Quancho. Wir spielen FIFA 17 The Journey. Es ist nämlich wieder Wochenende. So, wir spielen gegen Arsenal. Wir haben die Chance, jedoch hier noch die Meisterschaft zu erreichen. Meine Form zeigt nach unten. Bitte? Ich glaube, ich spinne. Ja, wobei, das könnte natürlich vom letzten Spiel her gehen. So, ich spiele wieder Hunter. Läuft bei uns. Ich freue mich, dass wir mit der neuen Grafikkarte nochmal ein ganz klein bisschen Grafikqualität rausschrauben konnten. Und wie ich finde, auch in den Aufnahmen bzw. Rendering-Optionen, FIFA 17 jetzt doch um einiges flüssiger nochmal abläuft. So, ich bin ja spitze. Also, ich meine sogar mit die Position. Blind! Er ist so blind. Und da haben wir noch diese ganze Hin- und Herbewegerei hier, ey. Die lassen wir aber auch keinen Freiraum, Arsenal gerade, ne? So, wir haben mal ein bisschen Passspiel. Oh, jetzt bin ich voll in den Daniels. Oh, war anscheinend ein Foul. Ich habe mich gar nicht darauf geachtet, weil ich mein Positionsspiel überprüft habe. Ah, Ecke. Ja, Tschech hat den nochmal rausgefaustet. War mit Sicherheit nicht das Nötigste. Eigentlich waren wir noch im Ballbesitz, deswegen hätte er gar nicht abpfeifen müssen. Ich hoffe, er spielt ja nicht weit. Deswegen nicht weit spielen. Das bringt uns ja eigentlich gar nicht viel. War ein bisschen unter Druck gesetzt. Das müsste eigentlich unser Ball sein. Ja, aber, hm. Nicht, wenn man den so spielt. Ist gut. Smalling hat nicht sehr viele Möglichkeiten zum Spielen. Ich bin, habe mich ein bisschen zurückfallen lassen, weil ich dann in der Annahme war. Schneiderlin, und hier kommt ein Attack von Manchester United. Ja. Ach, Montreal vor mir am Ball. Ob wir den Ball hier hin haben. Ja, Martial mit einem Abschluss. Ach, das war nichts. Da waren wir nicht schnell genug, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Spiel um. Spiel doch um. Jawohl. Oh. Wieder ein Foul. Jetzt wird es mal gelbe Karten, denke ich, geben. Jupp. Hier gibt es die gelbe Karte. Für Monreal auch. Uh. War auch knapp. Nein, der hat Tschech aufgenommen. Ah, da laufe ich jetzt gar nicht groß hinterher. Ah, der war zu schlecht von mir gespielt. Der ausgabe ich wohl zu. Alexis Sanchez. Sanchez. Ach, der Mkhitaryan nimmt den Ball nicht gut genug mit. Ich laufe mal wieder ein bisschen nach vorne, weil wir gewinnen die Bälle doch ganz gut. Na, jetzt haben wir den leider nicht so gut mitgenommen. Nein, ich stand ganz günstig. Jetzt nicht mehr. Morgan Schneiderlip. Der 4. Offizierer ist inbequennt. Schuss auf. Oh. Wir haben aus der Entfernung und wir hatten sowieso gerade die Nachricht bekommen, dass die Nachspielzeit angefangen hat. Deswegen kein Spieler da gewesen. Wir haben uns auch nicht weiter bis die Mühe gemacht. Alex Oxlade. Und dann haben wir mal draufgeschossen, weil das kann, Hunter. Ein Wurf. Für Manu. Eigentlich hätte er jetzt auch abfalten können. Genau. So, jetzt ist Halbzeit. Nicht sehr viel los aktuell. Eher ein sehr langweiliges Spiel. Manchester United, get the second half underway. Hier ist Shaw. Michael Carrick. Looking for an opening with some good control build-up. And in goes the cross. Promising build-up. Until that challenge. Ja, haben wir gut unter Druck gesetzt auch. Noch mal ein Wurf. Manchester United are going to make a substitution here. It's one matter crossing. Promising actually has just pitted away from the cross. Ja. So, das scheint ja alles so ein bisschen... Ja, ich sag mal... Brotlose Kunst zu sein. Boah. Bin ich umgehauen worden. Ja, die Flanke hätte ja was werden können. Das war nix. Blocked well by the defender. It's a good place to win the ball here. Mmh. Das war nix. Da war ein bisschen zu eng gespielt gerade. Manchester United put in this attack together well. Trying to thread it through here. And in goes the cross. Good clearing header. Well, the building steadily here working away. Crosses blocked. Trying to keep the ball. Not anymore. So, Czech spielt den Ball jetzt wieder raus. And it's a promising attack this with Hunter on the ball. And it's a good support play from his teammates. And... Oh! Da ist er gerade so schön zu mir durchgefluckt. Boah, das ist ein Pamertesacker, der mich da deckt, ey. Na, wo spielen sie hin? Nur ein Zwo. Nein! Lauft mir bitte nicht in den Weg. Okay. Ach, Mist. Das war nicht schön. Nooo! 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 Das war jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Fogba. And here comes an attack from Manchester United. Morgan Schneiderlin. They've got a great understanding this team. Just look at the passing. Hunter! Und jawohl! Uh! Schön! Da habe ich ein bisschen drauf spekuliert. Das war schon ganz knapp an der Abseitsgrenze. Also muss man echt sagen, ich bin da so ein bisschen zurück wieder. Gut gedreht. Gleich abgezogen. Klasse Tor. Mertesacker ist da ein bisschen zu spät dran. So, ich komme dann auch gleich runter. Ich habe ja das Tor geschossen. Ich habe ja das Tor geschossen. Ja, und es war ein guter Ball. Und eine wirklich gute Leistung. Das ist ja schön, dass er wenigstens sagt, dass wir hier eine schöne Performance hatten. Immerhin. 0-1 haben wir gewonnen auch. Das ist super. Haben wir das Siegtor geschossen. Congratulations, Alex. Es war dein Ziel. Das war das Ziel. Das hat das decideen es in der Ende. Your squad managed to bring an important win today A word on clinching the victory I've been working pretty hard in training And trying to keep focused on my job during the games I feel it's been paying off I did what I needed to do out there And helped us pick up the win The team's tactics seemed perfectly set up To deal with the opposition today Any thoughts on that Alex? Yeah, you know The Gaffer had a very clear plan for today And I think the lad stuck to it perfectly And that really showed in the way that we played And that'll do I think Thanks Alex Anytime So So You must have to have a bad game By the last time You must have to have a bit of the market You must have to have a bit of the market Ach, guck mal 5,1 Millionen an Transferwert Ah, here is already a bit of a bit In the start-elf Das ist super Drei Skill-Punkte habe ich jetzt Da können wir gleich mal gucken Wie wir das investieren Skill-Points Was haben wir denn noch nicht? Weidhof Kosten Was sind denn Dreierkosten vor allen Dingen? Was kostet denn viel? Okay Okay Lange Pässe Kurz-Pässe Springtempo Beschleunigung Ja, ich glaube Das wäre ganz gut, oder? Sprint-Geschwindigkeit Die Geschwindigkeit Ob die Geschwindigkeit Nach oben geht Oder der Antritt Ich glaube, der Antritt ist mir wichtiger Nehmen wir das So, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Hat mir Spaß gemacht Ich hoffe, wir sehen uns Ähm Ja, beim 37. Beim vorletzten Spiel Insgesamt Ähm Von der Saison Weil wir haben ja 20 Mannschaften Macht 40 Spiele Zwei davon minus Weil wir ja nicht gegen uns selbst spielen Und zack Haben wir es 38 Spieltage Vielen Dank fürs Einschalten Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Euer Crunch gesagt Bis dahin Haut rein Ciao